Hallo, ich bin Anson, Produktmanager bei Sigma Sport und ich stelle euch jetzt das Pocketool Large vor. Das Pocketool Large hat verschiedene Schlüssel, Innensechskant, Imbus, ein Reifenheber, ein kleines Messer. Darüber hinaus auch noch verschiedene Schlüssel für Speichen, Flaschenöffner, ganz wichtig für die Pause zwischendurch. Reifenheber und ein Werkzeug, um die Kette zu nieten. Das Pocketool gibt es in drei verschiedenen Größen. Das kleine kostet 12,95 Euro, das mittlere kostet 22,95 Euro und das ganz große, was ich gerade gezeigt habe, kostet 34,95 Euro. Erhältlich sind alle Pocketools ab Oktober.